mir fehlen immer noch die richtigen worte dieses interview anzukündigen und ich habe beschlossen es gibt ja kein perfekt challenge accepted dritter teil ist dieses interview entstanden weil ich peter garde über facebook kennengelernt habe und ich bin immer so dankbar wenn mit mir geschichten geteilt werden in persönliche schicksale ich mache das ganz genau so ich halt auch nicht hinter der hand vor und peter ist ein tanzschulinhaber mit einer riesengroßen tanzschule aus hamburg und schon ewig lange tanzschulinhaber und ist auch im verband tätig er macht wirklich viel und aber auch ihn hat diese krise krass getroffen und es hätte ihn noch mehr kosten können als er dann haarscharf opfern musste aber diese geschichte ist so berührend dass die mir dieses mal so zu herz geht dass du mich zum ersten mal dass sie zum ersten mal die tränen hörbar sind